Das Bio-Restaurant Leibspeis von Sonnendor in Sprögnitz ist zum dritten Mal beim Feinschmeckerpasta Bezirksblätter dabei. Wir haben nachgefragt, worauf der Küchenchef bei der Zubereitung für ihr dreigängiges Menü achtet und auf welche Kreationen sie sich vielleicht schon freuen dürfen. Wir sitzen hier in der Leibspeis-Bio-Restaurant von Sonnendor in Sprögnitz und bei mir ist der Küchenchef René Roth. Euer Gredo ist natürlich Bio, alles ist der Schwerpunkt des Bio hier. Was darf sich denn jetzt der Feinschmeckerpasta Bezirkskunde bei euch so erwarten? Bei uns darf sich 100% Bio erwarten auf der ersten Linie einmal. Wir legen sehr viel Wert auf Regionalität und Saisonalität. Bei einem Zusammenarbeit mit einem Bier im Bauernhof Freihof, der hat sich das ganze Jahr über super Produkte liefert. Anfang vom Mangold über verschiedene Kartoffelvarianten, also da haben wir wirklich alles dabei. Von den Speisen sehr kreativ das Ganze, sehr regional. Man merkt es auch, man hat einen großen Schwerpunkt auf vegetarisch-vegan. Es gibt auch genauso Fleischgerichte, also nicht, dass man jetzt Angst haben müsste. Es gibt nur Gemüse bei uns oder Getreide, also man kann bei uns auch Fleisch, wie wir zum Teller 16 kriegen. Und ihr seid jetzt die dritte Saison ja auch schon mit dabei. Wie sind eure Erfahrungen so bis jetzt gewesen mit den Feinschmeckerpasta Kunden? Also es ist sehr gut angenommen worden. Es waren, ich werde auch die Bank, alle sehr zufrieden, auch mit den Vorspeisen, auch wenn wir was Vegetarisches einmal geschickt haben, weil es dann so viele dabei, die eingesetzene Fleischesser sind, die, was wir dann auch mit Vegetarischen Gerichten überzeugen haben können. Und ja, und auch die Kreativität auf das Lenkseisreife wehrt. Man hat so den Eindruck, man hat vielleicht den ein oder anderen Fleischesser schon von einer Alternative überzeugen können. Liege ich da richtig? Das ist auf alle Fälle, ja. Also generell, bei den Hauptspeisen dürfen sie dann wählen zwischen Vegetarisch oder Fleisch, aber bei der Vorspeise verrauschen wir es dann immer gern mit was Vegetarisch oder auch mal was Veganes. Also das ist natürlich bei uns auch ein Problem, das komplette Menü vegan zu bestellen, was auch sehr gerne angenommen wird und was nicht selbstverständlich ist. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.meinbezirk.at-feinschmeckerpass.